Ladies and Gentlemen, Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Diary Wolf 20. Immer noch mit dabei in der Street Digger 2. Einen wunderschönen guten Hallo. So, wir haben jetzt mal geschaut. Ziemlich in der Nähe ist ein zweiter Flisch. Hauen wir den nochmal auf die Schnauze, oder? Ja, versuchen wir es mal. Ja, bevor du wieder passiert mit, äh, wieder mit der Naga. Ja. Boah, ich habe gerade wieder so einen richtig schönen Reizhusten. Bin immer noch so ein bisschen verheißert teilweise. Verheißert? Ja. Äh, okay. Ja. So kannte ich auch noch nicht. Ja, das habe ich mir irgendwie gerade glaube ich zusammengereimt. Mhm. Hat er. Gut. Hast du eigentlich schon mal die Twilight-Vorwurfsreihe gemacht? Also hast du mal ein paar Bosse besiegt? Boah, ja. So Mission Alternate habe ich das ab und zu mal gemacht. Gut, gut. Also weißt du, was der Twilight-List hat, oder? Ja. Ja. Ganz viel, äh, Leben. Hydra wird lustig. Hydra? Boah, so schlimm ist sie aber auch nicht. Oh. Jedenfalls nicht in der 1.6er Version. Hehehe. 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 Jj. Boah, wie viele Blumen hier sind. Ja, Glowstone ist die auch. Mhm. Hier ist auch so ein S-Fügel glaube ich. Ja, da haben wir eine Query draufgestellt und los geht's. Ja, da musst du aber eine Ender Query nehmen. Ja. Die normale ist ja ziemlich stark am rumbacken. Okay. Ich weiß nicht, ob das schon mal erzählt hat, aber die normale Query, da ist der interne Chunk-Loader kaputt. Ah, okay. Also da musst du normalerweise noch einen Chunk-Loader inklatschen. Hm, super. Ja, sind wir jetzt richtig, oder? Weiß es nicht. Du hast die Karte. Die sind genau falsch gelaufen. Ah, super. Ja, das ist so blöd mit der Karte. Da ist ja der Mauszeiger in welche Richtung du gehst die ganze Zeit am wechseln. Okay, jetzt erstmal über die Karte. Also hier in der Nähe ist ein Schneebium. Da wollen wir nicht hin. Was gibt's denn im Schneebium? Da ist auch ein Boss. Okay. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das die Frostcreen. Ah. Okay. Okay. Wir dürfen jetzt quasi zurück zum Portal latschen. Okay. Oh gut. Oder warte mal. Ich... Ich... Schau mal da kurz. Wir werden einfach zurück zur Naga laufen. In die andere Richtung einfach. Dann kommen wir zu einem Twilight Lich vorbei. Hoffe ich zumindest nicht. Nice. Hm, weiß das ja auch genial, wa? Hm. Ich war jetzt hier mit ein paar Kumpels, hab ich jetzt angefangen nochmal ein bisschen Vanilla zu spielen auf dem öffentlichen Server. Die hat mich mal wieder beredet. Wir dann nur so ein bisschen am Spielen. Wir hören dann den Leuten zu, die da haben... oder die lesen dann ein bisschen was sie am Schreiben sind. Wir denken das nur... Wie alt sind die? Frag da so ein Kumpel nach. 12, 12, 12, 12, 12, 12. Ja, sauber läuft. Mhm. Ähm. Erste was ich schreibe. Ich komme mir dezent alt vor. Das erste was ich lese. Ja, 20 Jahre ist auch so alt. Und ich denke nur, woher weiß die das? Hey, das war schon so ein bisschen gruselig. Ja, vielleicht guckt sie ja da in Let's Plays. Ah. Kann sein. Bezweifel sehr. Oder genauso gut. Ich bin da erstmal so ein bisschen was am Farmen. Auf einmal steht da so ein Typ hinter mir, schenkt mir jedem Menge Zeug. Bin ich jetzt in der Aufnahme? Da hab ich mir auch nur gedacht. Okay. Oh, ich muss auf jeden Fall aber auch noch jede Menge von... vorproduzieren wegen Teneriffa. Ja. Ja, ansonsten machst du eben eine kurze Pause. Mein Gott. Ja, ich lass mal... Ja, ja. Teneriffa werd ich auf jeden Fall nicht komplett überrückt bekommen. Aber ich werde auf jeden Fall einige Folgen auf Vorrat haben. Und den Punkt... Bleib ein bisschen Teneriffa? Zwei Monate. Zwei Monate. Oha, acht Wochen. Jo. Ja, schöner Urlaub. Mhm. Das Lustige ist ja wirklich, das ist sogar für mich wirklich ein Urlaub, weil... Ich würde einfach nur eine Website gestalten müssen. Per Backendrop. Mehr nicht. Okay. Was ist denn hier kaputt gegangen? Äh, keine Ahnung. Kann sein, dass die Naga vorbeigekommen ist. Kann sein. Ja. So, dann sehe ich auch schon den Twilight Lich. Also die Hütte von dem. Oh ja, ich auch. Oh. Hallo Zombie. Bis Zombie. So. Da hinten ist er. Ah, da. Ja, da bin ich. Oh mein Gott. Boah, jetzt habe ich Standbild. Ja, ich auch. Hallo. Ah. 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 Ah, ich schätze mal teilweise hat er dann ein paar Probleme hier, die Dungeons und so weiter zu generieren. Ja, ja, klar. Die sind ja auch ziemlich krass. Ui. Was ist denn hier? Das ist meine Zweitwiller. Hä? Meine Willer. Kennst du die noch nicht? Ja doch, ne. Aber hier die grünen Quadrate. Ah. Okay. Ne, ne. Versuch mal den hier abzubauen. So ein Stone Rig. Ja, geht nicht, ja? Mhm. Die sind geschützt, glaube ich, ne? Ja. Oh ja. Ja, sauber. Ich kann sie abbauen, weil ich halt die Naga eben getötet habe. Ah. Also offiziell darf ich rein. Gut. Ich auch. Wow. Aua. Hab ich mich grad geschrocken. Oh, Bücher. Mach du die mal kaputt. ich mache hier mal ein bisschen Licht. Ach, ich habe Zulonis. Na, komm. Hä? Ich kann das Skelett nicht angreifen. Wie? Ich kann es nicht angreifen. Oh, ich glaube, dann müssen wir für dich auch noch einen Nager holen. Oh, nee, oder? Ich habe hier die ganze Zeit die Quadrate um mich rumfliegen. Ich glaube, ich kann hier gar nichts, ne? Außer Fackeln setzen. Okay. Ja, komm, dann gehen wir für dich auch noch einen Nager holen. Ja. Wie ist das hier? Blumentopf. Ich kann doch nicht mal einen Blumentopf abbauen. Ja, ich glaube, ich bin es gerade vorbei. Ich glaube, die sehen mich gar nicht, kann das sein? Ich finde, ja, das ist ja lustig. Ah, oder doch? Aua. Äh, Creeper. Ja. Äh, ich glaube, wir gehen mal hier raus, oder? Ja, glaube ich auch. Oh, nee, aber noch ein Silberfisch. Ja, ab hier, ab hier habe ich schon die komischen Quadrate. Ja, okay. Die ist nämlich bei mir schon weg. Strange aus. Ja, das ist richtig straight. Aua. Nicht nur wieder. Ja, es ist gleich hinter dir. Ja, der kommt auch noch, he? Drecksack. Ach, hier draußen kann ich dich, ja? Okay. So, jetzt muss ich mal schauen. Aber das Gute ist, bei der Naga, wo wir jetzt hingehen, ist auch direkt daneben, äh, ein Twilight Forest, ein Twilight Lich. Ah, okay. Schauen wir mal, dass du jetzt im Nasset. Oh, da warte mal. Ich versuch mal was. Ich versuch, ob es auch so eben. Ah, nee, schade. Nee, weil das... Ja, also musst du doch eine Naga besiegen. Ja, gut. Oder musst du nur die Trophäe bekommen. Oh, ich weiß es nicht. Versuch mal mal. Ah! Hahaha, Naga, cool. Ja, bitte. Und jetzt noch das. Einmal aufheben. Ja. Ja, perfekt. Gut zu wissen. Wir müssen nochmal. Gut. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Wenn das jetzt klappt, das ist... Das ist der übelste Cheat aller Zeiten. Ja. Sieht gut aus. Die Quadrate sind weg. Ist ja mal geil. Ja, doch. Oh. Jetzt kann ich aber auch die... Stimmt, da oben sind die auch noch Spawner. Hm. Ich glaube, die sollten wir mal schnell ausleuchten. Ein bisschen. Uäh. Pass auf, wegen Löchern. Ich steck dir mal was runter. Oh, du bist neben mir. Alter, diese Löcher hier, ne? Die sind ja echt gefährlich. Hm, dezent. Oh, hier ist auch noch ein Spawner. Kaputt machen oder ausleuchten? Äh, ausleuchten. Kannst du kaputt machen und kriegst einen Broken Spawner. Ah, okay. Kennst du die? Ja, vom Ende I.O. sind die, glaub ich, gell? Ja. Ach du Scheiße. Swarm Spider. Oh, hier. Mein Buch. Geh weg. Geh weg. Ich hasse lesen. Bist du an Alphabet oder was? Ja, ich kann nur schreiben, nicht lesen. Alter, Swarm Spider. Ach du Heilige. Swarm Spider? Hm, ganz, ganz kleiner. Ah, okay. Ach du Heilige. Sind wir eigentlich schon im Hauptturm? Das ist der Hauptturm. Ach du, hier sind drei Endermen. Ja, sauber. Läuft doch. Und ein Skelett. Und ein Zombie. Ja. Willst du dich mal anschauen? Nee. Wieso nicht? Nee. Die wollen auch nicht mit dir über Gott und die Welt reden. Ja, ja, klar. Ich stehe hier safe. Was sind wir jetzt hin? Weg. Keine Ahnung. Ach, hier ist er noch. Hier ist auch ein Zombie-Spawner. Also uns. Oh. Leck. Brauchen wir einfach einen Hauptturm. Das ist ein Blot. Oh. Und ein Blot. Und ein Blot. Oh, cool. Wollen wir hier noch drin? Oh, noch ein Spawner. Oh, das. Ah, komm. Hier war ein Zombie-Aufen-Zombie-Spawner. Ja, das soll vorkommen. Ich glaube, ich muss auch gleich mal meinen Goldenbacker Folding ausleeren. Hättest du hier vielleicht auch mal einen machen können, oder? Ja, passt schon. Hier ist Sand. So was. Okay. Hallo Enderman. Ja, krieg ich dich? Warum krieg ich dich nicht? Oh, das war so, ne? Oh, schön. Da hängen die Fluchraden drin. Oh, den gleichen Kopf. Sehr gut. Oh, das ist nice. Die sind selten. Ja. Da kannst du auch einiges mit machen. Ja, wenn nicht. Äh, hier. Ups. Sehr schön. Die sind auch für Ender-Aero sehr wichtig. Ja, glaub ich. Oh, hey. Oh. Achso, nee. Hier waren wir. Oh, da geht's um dich. Ja. Ist das nicht hoch, oder was? Ja, du kannst später noch weiterrunden. Okay. Bin ich echt mal gespannt. Jot. Ich glaub, den kannst du so direkt nicht angreifen, oder? Ja, du musst dem seine Ender-Perlen, die du da schießt, musst du zurückschießen. Ja. Oh. Aber du kannst auch die ganze Zeit draufhauen. Das hab ich auch schon mal gemacht. Mit dem Crazy zusammen. Da gehen irgendwann die Schilde kaputt. Ja, gut. Ich glaub, das ist aber ein Bug, oder? Nee, nee, das ist kein Bug. Uäh. Ja. Hier. Da ist jemand kaputt. Ja, das auch. Oh. Hey. Darf sie mich nicht mehr porten? Ich bin... Ich muss mal kurz was regenerieren, ne? Ja, okay. Ich hab nur noch zwei Herzen. Oh, cool. Oh, okay. Da hab ich aber gerade richtig geguckt. Komm, dann gönn ich mir mal gerade und port mich mal zurück. Oh, 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 ich muss auch weg. Wo ist denn? Wo ist mein Grabstein? Weiß es nicht. Hier ist kein Grabstein. Vielleicht irgendwo oben? Warte, ich guck gleich. Guck gleich. Bleib mal unten. Muss ich wohl noch ein bisschen regenerieren. Das wäre jetzt blöd, wenn jetzt kein Grabstein gekommen wäre. Uiuiui. Die kommen hier nicht runter. Ist ja cool. Gut zu wissen. Ja. Drei Herzen bleiben noch übrig, die aufgefüllt werden müssen. Wow. Ja. Heißer Angelegenheit. Oh, wow, wow. Ja, das fängt nicht mehr auf die Vieche, oder? Ne, ne, die sind auch von verwundbar. Oh, was ist denn hier? Ne, der hat sich runtergebacken. Boah, ich hab schon gedacht. Ja, komm, ich schau mal ganz schnell nach oben zu schauern. Da ist kein Grabstein. Kein Grabstein. Oh, verdammt. Ne, Edna Man, klasse. Ne. Doch, ich sehe ihn, der hängt da in der Luft. Uah, 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 uah. Na? Ich hab einen Grabstein gefunden, der hängt hier wirklich unter der Treppe. Hier. Oh, nicht schlecht. Oh, uah. Boah, da hatte ich aber auch schon schreckend, dass die Sachen weg sind. Ja, das wäre jetzt ein bisschen doof. Hm, ein bisschen. Jetzt muss ich ein bisschen warten, bis ich wieder regeneriert bin. Ja, komm, dann geht das Franschmein wieder. Ups, sorry, 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 sorry. Oh, ich hab mich eben verjagt. Oh, ein Buch. Geh weg, geh weg. Weg. Noch ein Buch. Aua. Was ist denn du? Will ich lesen? Ah, der hat nur noch ein Schild, ne? Drei. Drei. Ah, das wäre nämlich Tränke nicht schlecht. Ja. Wie, der hat nur noch ein Schild, der hat nur drei. Drei? Ja, also bei mir sind es drei. Bei mir ist das einer. Uah. Alter. Ah, der ist schon immer härter. Ja. Oh, ich muss regenerieren. Ah, einer hat der Herzen. Oh, 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 ich hab nur noch ein halbes. Lauf! Ja. Oh je, oh je, oh je. Hm. Ich hab hier noch wunderbare Pfefferminz-Bombungsrat gefunden. Hahaha. Na schön. Ja. Hm. Deutscher Gründerpreis. Hab ich mir irgendwie so zwölf von den Durst... Bücher, Bücher. Wir wollen nicht lesen. Hahaha. Wo kommen die denn her? Ach, Mann, eh. Ah, der Twilight-Licht. Ja, ja. Ja. Der ist echt schon... Will mir den hier runter... Will mir den hier runterlocken? Würde es was bringen? Ich glaube nicht, ne? Ne, ne. Da würde er nur hier rumfliegen. Ja. Vielleicht kriegen wir den mal. Ah, ich versuch's nochmal grad. Oh, nee, oder? Das hat überhaupt funktioniert. Hahaha. Ey, mit ner Diarust und so viel Schaden. Ja. Oh, 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 oh. Ah, anderthalb brauch ich noch. Brauch ich bloß noch ein Herz, dann bin ich wieder vor... Oh. Hast du das Grab eben kaputt gemacht? Ja, ja. Okay. Ey. Stupp, stupp. Ja, jetzt hat er bei mir noch drei Schilder. Jetzt nur zwei. Nein, ich hab besonders Herz. Jetzt brauch ich mal den Trivdolz-Tank, ne? Bitte? Jetzt brauch ich mal den Trivdolz-Tank. Ja. Ah, ich glaub, wir werden doch noch Papier besser gewesen. Ah, vielleicht. Ich weiß aber nicht, ob der beim Licht was bringt. Ich weiß... Ich hatte eben noch einen Hammer, der ist weg. Ah. War eh nur aus Stein. Ich dachte aber, der regeneriert sich doch. Der hat das Schilder gebaut. Ja, ja. So, bei wie vielen Minuten sind wir denn überhaupt? Äh, noch sind wir bei 18. Okay, gut. Das kriegen wir vielleicht noch hin. Ja. Einmal warten, dass wir beide voll sind, dann go. Ja. Ein Schild hat er noch, he? Ja. Seh ich richtig. Ich brauch noch drei Herzen. Ich brauch noch zwei. Ja, hinter dir ist ein Buch. Oh. Die Wesen. Ja. Oh Gott, mein Hals ist aber auch teilweise. Ich merk richtig, dass er verschleimt ist. Halbes? Nein, ich brauch noch zwei und halb. Eins. Oh, du weißt, dass dir auch weiterhelfen würde. Bestimmt. Das Schwert von Botania hier. Das Terras-Diers-Schwert. Kennst du das? Ne. Muss mal... Ich bin voll. Ich auch. Schon nicht mehr. Das ist ja einfach weg-telebootiert, ne? Ja, ja. Oh, 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 oh. Anderthalb Herzen. Ja. Ja, ich auch. Ey, das ist ein schlechter Witz. Komm, mach. Die Aufnahme. Hinter dir. Uäh. Nein, 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 nein. Hau ab, hau ab. Ich sag's hier. Der Kabinde. Mein Gott. Was kommt denn der jetzt auf einmal? Oh. Da hast du dich auch verjagt, ne? Ein bisschen. Komm, die Aufnahme machen wir jetzt noch so lange, bis der der tot ist. Okay. Der ist grad genau über mir. Uäh. Geh weg. Das hast du ja, ich hau dich. Was hat mehr Schaden? Sechs? Ja, okay. Das hat mehr. Oh, das ist ja noch so ein gönnes Buch. Mir fehlen grad noch drei Herzen. Ich versuche es nochmal. Ja, mir fehlen ein bisschen mehr. Okay, und ist vorne weg. Ist weg. Ach du Scheiße, jetzt kommen hier Zombies. Also jetzt kann man ihn angreifen. Der schießt nur noch, nur noch der schießt. Okay. Ich probier's mal. Ne. Der haut ja jedes Mal ab. Ach. Sehr schön. Ach, du hast direkt aufgehoben. Ja, komischerweise. Warte mal. Hier, bitte. Jo. Dann, äh, das dann noch. Ähm. Oh, guck mal hier. Ein Zepter habe ich noch bekommen. Oh, sehr schön. Das ist bei Andev. Hm, cool. Ah, meine Rüstung hat auch schon gut mit Leidenschaft bekommen. Ja. Und das nur mit DIA-Rüstung, ne? Ja, das ist echt nicht schlecht. Nur ich glaube, das nächste Mal sollten wir auch ein paar Tränke oder sowas mitbringen. Ja, das ist glaube ich nicht schlecht. Oder einen Notchapfel. Ja, ein paar goldene Äpfel könnte man es machen. Ja. Alter, die Bilder sind geil. Ja. Die sehen echt nicht schlecht aus. Ja. Also ich habe das Soatexturenpack drin. Ich weiß nicht, was du drin hast. Ja, ich habe hier das Faithful, also die verfeinerten Vanillatexturen. Ah, okay. Auch nicht schlecht. So, ja gut, dann können wir ja noch den Turm ein bisschen erkunden. Ja. Ja. So. Haben wir da hier was gefunden? Ne, ich glaube nicht, ne? Ne, hier waren wir schon. Und hier ist das Licht. Da oben hängt ein Netherrack. Tauer. Trefferlaufen will gelernt sein. Ja, wo bist denn du jetzt? Runter oder was? Ne, ne, also ich bin eins runter, aber hier in so einem Seitengang. Ah, okay. Ja, ich sehe dich jetzt gar nicht. Ja, hier ist Lava auf dem Boden. Super. Hier waren wir auch schon drin. Ja. Als nächstes müssen wir auf jeden Fall laut Archivements, sagen wir in den Sumpf. In den Sumpf? Ja. Okay. Um was zu machen? Das ist eine gute Frage. Ich schaue mir schnell nach. Äh. Äh. Use the magic of the lake's scepter to clear the array poisonous mosquitoes in the swamp. Okay. Wir sollen dann ins Labyrinth. Ah, okay. Hm. Ja, das klingt interessant. Aber sowas besonders finde ich jetzt hier auch nicht mehr, oder? Ich habe hier ja nichts mehr richtig gefunden. Oha, Creeper. Mach Boom. Mach Boom. Boom. Oder Stier. Mir auch egal. Weil ich ja richtig gerne hätte. Ja, es gibt... Weiß nicht, ob du sie kennst, aber es gibt hier im Twilight Forest, ähm... Sagen wir mal schnell, wie heißt das? Ein ganz besonderer Baum. Ein Rainbow, äh... Tree. Die sind richtig cool aus. Die haben richtig so Regenbogenfarbene Blätter. Was? Nochmal. Ich habe dich ganz schlecht verstanden eben. Ah. Es gibt hier im Twilight Forest, es gibt das einen Setzling, der Rainbow Tree. Davon hätte ich echt gerne mal so einen Setzling. Okay. Die haben wirklich Regenfarbene Bücher, äh, Bücher, äh, Blätter. Okay. Boah, ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen... Die... Ja, komm, Nagerson kann es weiter. Ich bin gerade irgendwie so ein, äh... So einen Seitenturm hoch. Oh, da ist eine Kiste. Oh. Oh, da sind Tränke drin. Portion of Regeneration, Swiftness, Fire Resistance, Netawarze, nee, was ist das? Fermentiertes Spinnenauge. Oh, eine Gasträder. Oh, das ist nicht schlecht. Ja. Achso, jetzt weiß ich auch, warum da kein Baum war. Äh, kein Holz. Das ist immer unter. So, aber jetzt. Hallo Enderman. Hallo Zombie. Ach du Scheiße. Oh, Silberfischer höre ich, ne? Äh. War es hier oben schon? Nee, hier oben noch nicht. Ja. Bäh. Ja. Komm, ich bin einfach mal so ein Losch vorbeigeflogen. Hier wird scharf gefeiert. Ja. Ja, hier sind überall Spinnenfäden. Ja, ich will doch kuscheln. Achso, okay. So einer bist du. Ja, ich weiß, ich bin zärtlich. Achso. Ja, ging gleich die Fackeln aus. Ja, ich habe noch 32. Oh, hallo Buch. Ja, ich habe es gehört. Und tschüss. Na, geht's? Oh, hier geht's ja alles noch weiter. Motion of Feeding. Empty Map. Wasserflaschen und Nix-Sack. Ja, komm, den Nix-Sack nehmen wir schon mit. Oh, ich habe eine Empty Map. Oh, ich habe Fire Charger. Ja, ja. Die Empty Map nehme ich mal mit. Ah, komm, das Zeug kann ich eigentlich mal wegpacken, ne? Das brauchen wir auch nicht. Boah. Ja, das kann ich mitnehmen. Der Lichert hat ein Schwert gedroppt, ein Golden Sword, Unbreaking 3. Ohne verzauberte Brustplatte, Last Stand 1 und Poetry Protection 4. Okay, auch nicht schlecht. Was ist denn Last Stand? Äh, keine Ahnung. Okay, gut zu wissen. Ja. Ach, da ist ja noch eine Kiste. Nee, nee, die habe ich schon wieder gewonnen. Ja, okay. Also wenn du mal Bücher brauchst, ne? Hm, ich merke es schon. Oh, ich merke es, wir sind schon bei 27 Minuten. Oh, oh. Ja, gibt es eine längere Folge. Ja. Hallo Zombie. Ja, ey. Du springst einfach runter. So viel Schaden macht das nicht. Das sind Löcher. Ja, hab's gesehen. Äh, da geht's auch nicht lang. Ja, aber die Dinger, die sind schon cool aufgebaut. Hier die ganzen Türme und sowas. Auf jeden Fall. Ach so, von der Außen finde ich cool designt. Ja. Wow. Danke für die Bärle, Enderman. Ist hier noch was? Hier könnte vielleicht noch was sein. Hier waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Ja, hier waren wir auch noch nicht. Oh, hier ist ein Lava. Lava, Lava. Lava, Lava. Der Lava. Ja, ich hab' ihrlauben. Okay. Ich hab' ihrlauben und das war's. Ah, guck mal hier, ich hab' dein Hammer gefunden. Ach, nee, ne? Ja, doch. Äh, hier ist nix mehr. Wo bist du? Wo bist du denn? Ich bin an so einem Seitenturm. Ich hab' den Ausgang gefunden. Ah, ich seh' dich. Ich hab' auch deinen Nebentag gesehen. Lass' dich mal runter. Jetzt bin ich unten wieder in der Haupthalle. Ja, ich komm mal hier. Ja, hier ist es richtig. Ah, ja. Sehr gut. Hallo. Ja, schön. Ja. Zweiter was abgehakt. Zweimal gestorben. Ja, ich komischerweise nicht, ne? Das wundert mich ein bisschen. Ja, da kannst du halt sehen, wer drauf geht und wer nicht. Ja, ja, genau. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm, ist klar. So. Ich würde sagen, bevor die Folge doch... Pfff, gut. Geh' mir ein bisschen jetzt gleich mal kurz zurück. Ein bisschen Taschen aus der Hand an den Fackeln auffüllen. Ja. Gut. Würde ich sagen, was ist das für diese Folge? Weil es die Folge gefa- Alter, ist das bei mir draußen am Stürmen. Ich schau' da nur so- Ja, bei mir jetzt mal ausnahmsweise nicht. Ich hab' Pech, schwarze Wolken. Sieh, es wird lustig. Bei mir scheint mal zur Abwechslung die Sonne. Ah, wie gesagt, ich hab' Pech, schwarze Wolken. Meine Fensterscheibe ist voll... Regentropfen? Tch. Ja. Na gut, auf jeden Fall. Wenn ich die Folge gefallen habe, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Und schaut auch beim Street-Digger vorbei. Bis dahin. Ich würde sagen, tschö. 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 Tschö.